Das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär, der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau, einfach toll. Übrigens, ich heiße Max, ich kümmere mich um die beiden. Und das ist gar nicht so einfach, denn ihr Hobby ist Mörderisch. Das ist ein Schuss. Das ist das Schuss. Das ist eine Schuss. Das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017